Wenn die Richter in London nun entscheiden, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert wird, geht es nicht nur um das Leben des Mannes, also das Leben von Julian, also das Leben des Mannes, also das Leben des Mannes, also das Leben des Mannes, es ist kein Problem, ich war ein nächster Stefan. FlipFlop, Fäsern muss weg!